Hallo, hallo, hallo! Hier ist Elise, wieder auf meinem Kanal Zwergenschelte. Wir spielen Seven Days to Die. Und ja, das tun wir. Moment. Moment. So haben wir das aber nicht. Es ist mein Kanal Zwergenschelte. Ach, was du immer hast. Ich hab den doch schon lange übernommen, Zwergenschelte. Nee, das hast du nicht, ganz bestimmt. Und jetzt stelle ich mir das nur auf 25 Minuten. 30 müssen das sein, 30! Nee, müssen nicht, weil du hast ja schon wieder, äh, letztes Mal um 5 Minuten überzogen. Das wollen wir ja nicht so haben. Wie, das wollen wir nicht so haben? Ich will das so haben! Entschuldigung. Nee, also ich sehe das anders. Ich will das nicht so haben und das zählt. Ja, nee, 30 Minuten haben wir abgemacht. Und wenn du, wenn du das nicht schnallst, 30 Minuten einzuhalten, dann ist das nicht meine Schuld. Ja, sicher ist alles nicht deine Schuld, ne? Nö. Ich hab übrigens nachgeguckt. Was hast du nachgeguckt? Gestern, als du gestorben bist, da war die Blaue schon irgendwie unterwegs. Die stand da im Dunkeln versteckt. In dem Schatten von den Bäumen oder von den Sträuchern, die da waren. Warum, du hast nix gesagt? Ja, ich hab die auch gar nicht gesehen. Ja, sicher. Das ist klar. Mich lässt dann einfach so sterben und tut so, als wenn gar nix wär. Ja, ich hab die wieder sterben lassen einfach. Sondern du bist alleine gestorben. Ja, ja. Komm jetzt nicht mit Kleinigkeiten. Ich glaub, hier warst du schon ein Walden. Ja, lass mich doch noch mal gucken. Nee, war ich nicht. Siehste? Untouch. Ja, sicher unangeputscht. Ja. Empty. Da war ich doch schon drin. Ja. Geht nicht. Kaput die Kasse. Du rennst hier überall immer rein und raus. Und da warst du überall schon. Medizin. War auch wieder empty. Da ist was drin. Ach, so eine olle Mütze bloß. Ach, die kenn ich doch auch schon. Ist doch blöde. Was ist blöde? Ja, dass ich hier schon alles kenne. Äh, ja. Wenn du sagst, dass das blöde ist, dann laufst du wieder nach Hause und mach die leer. Ja, mach ich jetzt auch. Moment, Moment. Hier ist der Ausgang. Und ich hab irgendwo noch was übersehen gehabt. Du bist wohl noch ganz viel übersehen gehabt, Tarn. Kann ich da von was mitnehmen? Ne, ich denk nicht. Moment, hab ich Alkohol? Äh, hast du nicht gelootet. Ist keiner da. Ja, ja. Ist keiner da. Was ist denn da? Moment. So, da will ich noch mal reingucken. Du willst überall noch mal reingucken, ne? Denk dran, ich hab den, äh, Wecker schon gestellt. Ja, ich hab den Wecker schon gestellt. Ich hab den Wecker schon gestellt. Das ist alles, was du kannst. Ja, aber das kann ich. Ja, ja. Nur manchmal. Meistens vergisst du das ja zum Glück. Wieso zum Glück? Ja, dann kann ich wieder überziehen. Oh, warte mal. Du kleines Wies. Siehste, das hab ich vergessen. Moment, das haben wir gleich. Zack. Zack. Ist das nicht ein bisschen gerübel, du das machst? Moment. Ich hab gesagt, das haben wir gleich. Siehste, ich wusste doch, dass ich irgendwo einen vergessen hab. Und da ist noch die Lampe. Die hab ich auch vergessen. Meine. So, und Alkohol hab ich auch. So, siehste, kann ich mir noch so ein Dingens hier machen. Ein Blut? Nee. Hm, hm, hm. Mir geht ja gar nicht. Warum geht das nicht? Ja, ich hab gar kein, ich hab kein Verband, äh, gar kein Verband bei. Schade. Pass auf, dass du jetzt nix verlierst. Moment, das hab ich noch, den Alkohol hab ich auch noch. Hab ich nix verloren, Zwergenschelte. Hab ich nicht. Ja, dann mach das, dass du nach Hause kommst. Immer mit der Ruhe. Nachher hab ich noch was vergessen. Und dann, dann steh ich da. Muss nochmal zurück hin, dieses olle Kaff. Wieso, dieses olle Kaff? Siehste, da hab ich auch wieder was vergessen, Zwergenschelte. Und du sagst nix. Du sagst einfach nix. Ich glaub, das ist auch nicht meine Aufgabe, dir beim Spielen zu helfen. Ja, was ist denn wohl sonst deine Aufgabe? Ja, äh, dir zu sagen, wenn 30 Minuten umgeht. Ja, sicher. Das ist alles? Ja. Ja, das ist aber nicht so viel, du. Bei mir reicht das. Ja, war klar. Dir reicht das. Guck, da hab ich auch schon wieder ein. Mach ich den gleichen Trick nochmal. So. Siehste, zwei Stück wieder dabei. Das gibt Hülsen, über Hülsen gibt das. Och, da kann ich richtig meine Sniper mit voll machen. Ja. Da mach du mal. War da ne Lampe drin? Hab ich doch schon, oder? Weiß ich jetzt nicht, aber da war keine mehr drin. Wirst du wohl schon raus haben. Ja, ich bin auch ne Gute. Ja, sicher, Elise. Ja, bin ich auch. Geht's. Ja, da, da war doch wieder was. Das brauch ich doch auch. So. So, siehste. Geht alles. Geht alles, Zwergenschilte. Zack. Und das Blutback da rein. Und ein Alkohol. Und da hab ich wieder so'n Schächtelchen. Aber du hast gar keinen Platz dafür. Boah, Zwergenschilte. Geh mir nicht auf den Geist. Moment. Das passt doch anders. Ne, passt dir nicht anders. War ja schon schon voll. Schade, dass man die nicht mehr stecken kann. Ja, wie auch immer. Schade ist man nicht. Und hier und da. Und überhaupt alles ist schade, ne? Wenn das nicht so klappt, wie du das willst. Glaube ich in die richtige Richtung? Meinst du? Also, ich glaub ja nicht. Boah. Einmal so. Den Fisch kann ich drin liegen lassen. Einmal auf die Karte gucken. Ja, genau falsch rum, glaub ich. Genau falsch rum. Und wieder sagst du nichts. Wieder lässt du mich hier in die Irre gehen. Wenn du nicht links und rechts und gerade ausunterscheiden kannst, was kann ich denn da dran machen? Ja, besser aufpassen, Zwergenschilte. Besser aufpassen. Du weißt doch, wie hibbelig ich bin. Ja, sicher. Und weil du so hibbelig bist und deine sieben Sinne nicht beieinander hast, muss ich aufpassen auf dich, was? Genau so ist das. Genau so ist. Dafür ist so ein Rississure da. Ja, sicher. Ja, wat denn, wat denn, wat für ne... Wat für ne... Wofür wärst du denn wohl sonst da aus? Habt du nicht aufpassen. Ja, äh... Ja, ich muss mal hingucken, wann die Serie zu Ende ist. Boah, ist da nicht die blaue Ische? Warte mal, warte mal. Ja, dich krieg ich. Dich krieg ich, du Biest, du. Da. Nee, ist ne rot Ische. Die blaue hat sich immer noch versteckt, die Feige. Feige Kodi. Nee, jetzt. Oder hast du gesagt, das ist nicht irgendwie ein anderes Wort. Andere Wörter kenne ich auch. Ja, das weiß ich. So. Nix. Da höre ich doch nur einen Knurren. Ja, den Dogen, den. Mann. Ja, bist du gerade schon gestorben bei, ne? Ja, gerade, gerade ist sie. Da siehste, da siehste, da siehste, glaub ich, die blaue Ische. Guck mal nach. Meinst du, da ist die Biest, die ist blau? Weiß ich jetzt nicht. Äh, Moment, Moment. Gehn hier rein. Gehn da raus. Abhauen. Umdrehen. Da, hier. Hasse. Hasse, was du brauchst, du dumme Kodo. Ja, sicher. Jetzt beeilen, 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 beeilen. Zack. Und hier wieder die Hülsen holen. Siehste, klappt alles hier bei Elise. Ja, und jetzt kriegst du noch einen rein. Und noch einen rein. Pass mal auf. So, du schmachst mich nicht mehr tot, du blöde Kodo. Und jetzt noch einen auf den Kopf. Zack. Siehste? Also, du bist ja gar nicht nachtragend, ne? Ne, bin ich nicht. Bin ganz harmlos. Nur wenn mir einer was tut, dann werde ich, dann werde ich gemein. Ja, aber ich habe gedacht, du bist zu mir immer gemein. Ne, ich bin eigentlich zu dir immer noch lieb, du. Ja, sicher. Immer noch lieb, klar. So stelle ich mir eine liebe Frau vor, so wie dich. Ja, siehste. Dann spreche ich ja deinen Vorstellungen. Ja, da fällt mir jetzt nichts weiter drauf ein. Habe ich mir gedacht, dass du wieder sprachlos bist. So. Jetzt bin ich nicht über die Brücke gelaufen. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Das ist gut gemacht. Guck mal, und mein Baumwald hier wird schon wieder viel schöner und viel größer. Ja, kann ich so sehen. Kann ich so bestätigen. Zack, hier um Elkenwieseln hier. Fatzfatz hier hoch. Haben dir meine Zuschauer was gesagt? Äh, erstmal, erstmal wollte ich dir sagen, ne? Ja, was wolltest du sagen? Hast du auch schon was zu sagen? Das ist mein Kanal, Zwergenschild. Und nicht dein Kanal, Zwergenschild. Ja? Ja, 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 ja. Sicher, mein Kanal, Zwergenschild. Klar doch. Was immer du auch meinst, Zwergenschild. Das ist mein Kanal jetzt. Den habe ich übernommen. Einen Scheiß hast du. Übernommen habe ich den. Nichts hast du. Doch, glaub mal. Das wirst du schon noch sehen. Hundefutter. Wer braucht denn hier Hundefutter? Ja, hä. So, weg damit. So, den hier rein. Wieso habe ich denn? Ach, 112 sind das. Das ist gut. Das ist gut. Fett hier rein. Eier hier rein. Fängst du das schon wieder an mit dem Einzelnen erzählen? Ja, sicher. Du musst doch den Zuschauern sagen, was ich mache. Ich glaube, das sehen die auch so ganz gut. Moment, was ist? Lamp kommt in die Mitte. Lamp ist immer in die Mitte bei mir. Immer in die Mitte. Das muss alles seine Ordnung haben. Äh, sortier weiter ein. Halt die Klappe. Und mach los da. Ja, ich mache ja schon los. Ich mache ja schon los. Zack. Ist da kein Platz mehr drin, siehste? Ja, aber da noch. So, da sind ja schon acht Kartoffeln drin. Da kommt das Potassium rein. Da kommt die Kohle rein. Und, äh, die Gläser passen da auch noch rein. Den Sand brauche ich. Den nehme ich mit. Hallo, die Pflanzen kommen noch nach drüben. Wo ist drüben? Ja, in die Rote Kreuzkiste. Ach so, ja. So. Siehste, hat alles seine Richtigkeit hier. Da kann ich schon wieder ein, 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 ein Erste Hilfe verwandt machen. Ja, ich glaube auch. So, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Die packen wir da hin. Und, passt hier noch was rein? Ich weiß nicht. Musst du mal gucken. Ja, tu ich doch schon. Tu ich doch schon. Da. So. Dann haben wir auch klein. So, und dann machen wir uns gleich sofort eine Mold für, für Brass. Ja, du machst hier aber keine Mold für Brass. Was ich sehe. So, ab jetzt. Marsch, Marsch und Auf, Auf. Zu meiner Kiste da. Zu unserer Brennkammer, sag ich mal. Brennkammer zu unserer Brenngarage. Schmelzen will ich da. Schmelzen. Und Hülsen bekommen. Ohne Ende will ich die jetzt haben. Ohne Ende. Ja, mir ist klar, dass du alles ohne Ende willst du. Am besten noch Geschenk, ne? Nö, Geschenk muss nicht. Ich erarbeite mir da schon. Guck mal, da oben ist auch noch eine. Und jetzt ist sie nicht mehr da. Siehste, so schnell geht das. So. Die kommt auch noch mit raus. Der kommt mit raus. Und wieder mal hier den Trick machen. Siehste. Geh da rein. So. Jetzt einmal die 50 hier weg. Und die Mold da rein. Und die andere Mold da weg. Christian, ruhig. Das hat klappte früher auch anders. Viel besser klappte das früher. Ja, sicher. Viel besser. So, Moment. Drei. Reichen drei. Zwei reichen sogar. Lass gehen. Lass knacken da. Guck mal, der hat gar nicht zu Ende geschmolzen. Ja, ich sehe. Und jetzt? Jetzt kriegt er noch ein Klötzken, dann soll er arbeiten. So, und hier müssen auch noch irgendwo richtige Klamotten sein. Siehste hier irgendwo eine Lampe? Nee, ich sehe da keine. Ich aber, siehste. Da ist eine Lampe. Und die ist sogar noch an die Lampe. Jetzt nicht mehr. Habe ich mit dem Kopf aufgefangen. Ja, du hast mit dem Kopf aufgefangen. Klar. Ist das Brass? Ich gucke mal. Guck ich gleich nach. Du musst ein bisschen ruhiger werden. Nee, ich muss nur viel schneller werden hier. Viel schneller. Viel schneller. Bei einer halben Stunde habe ich ja gar keine Zeit, richtig was zu machen. Geht's denn da hin? Ach so, da geht's wieder raus. Geht's wieder raus. So, noch eine Lampe. Mensch, das ist ja richtig ein Lampenschlag auf dem Land. Vielleicht ist um auf dem Dach wo auch noch eine? Nee, ich glaube nicht. Boah, ist ja schon wieder dunkel wie ein Assel-Arsch, da. Elisa, ich möchte, dass du dich da ein bisschen zurückhältst. Ja, aber ein Assel hat auch einen Arsch. Ja, aber Arsch sagt man nicht. Doch, ich sag das schon. So, jetzt doch mal drüben gucken gehen. Du brauchst heute auch noch Bäume, ne? Ja, mal gucken. Mal gucken, ob ich Bäume brauche. Nee, hier ist, hier ist, glaube ich, kein. Nee, siehste, hier ist nix. Ist ganz armer Haushalt hier. Mann, hätte ruhig was drin sein können. Ja, was denn jetzt? Ja, Messinglampen zum Beispiel. Ja, ja, ja. Nur weil du jetzt gerade auf Messing-Zuge bist, ne? Ja, sicher. Nur, nur, was heißt denn hier nur? So, lass gehen jetzt. 4, 28, 3, 16, das reicht noch. Moment. Der kommt auch noch da rein. Siehste, war hier tatsächlich auch ne Brass. Das waren auch Brasshähne. Ja, du bist selber so ein Brasshahn. Oh, man, warum ich den die Hülsen lassen? Ja, du. Mist. Mensch, hätte es auch sagen können, dass ich wenigstens eine mitnehmen muss. Ja, hätte ich sagen können. Wollte ich jetzt aber nicht. Warum? Jeder Gang macht schlank, Lisa. Ich bin schlank genug, du. Ich bin schar... Ach, war, war, war. Ist das eine? Nee. Ich bin schlank genug. Da verlass ich mal drauf. Ja, du bist ein mageres, halbes Hähnchen. Boah, Zwergenschelter. Halt dich zurück, ja? Also, ein halbes Hähnchen hat mehr Gewicht als du. Nee, hat das nicht, hat das nicht. Ganz bestimmt nicht. So, die Hähnchen gibt's das gar nicht. Wollte ich jetzt? Wollte es ne Hülsen. Hab ich, hab ich. Siehste. Und, äh, ja, ja, hab ich. Gut, und erst mal wieder losgingeln. Mann, Mann, ist das eine jetzt, hin und her. Nur wegen ner halben Stunde. Nur wegen ner halben Stunde. Auf hier rum zu yanken, du kriegst nicht mehr. Boah, boah, Zwergenschelter. Guck mal, da draußen hängt auch nur ne Lampe, glaub ich. Aha. Ach, zack, meine. Drinnen war ich schon? War ich hinten rum? Ja, ich, äh, denke schon. Moment, denken alleine hilft nicht. Siehste, siehste, hier ist auch wieder. Zack, meine. Die ist alles hier meine, das klingt alles hier meine Hülsen. Hülsen über Hülsen brauch ich. Ja, ja, für, für, für was brauchst du noch mal? Ja, für mein Gewehr. Für die Sniper. Jetzt muss sie wiederholz holen, irgendwo. Ja, muss sie wiederholz holen, irgendwo. Mensch, Mist, hab ich keins mehr hier? Ne, hab ich nicht. Aber da passt das hier rein. Und, 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 und. Ja, was, und, 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 und. Das hier passt auch rein. So. Und dann schau mal, Sand habe ich 112. Das ist auch gar nicht schlecht. Ja, ist auch gar nicht schlecht. Und jetzt? Jetzt mache ich mir noch so eine Hülsenform. Hülsenmold heißt die. Zack, 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 zack. Siehste, klappt doch alles. Jawohl. Schön ist das. Jetzt brauchst du aber auch noch ein, äh, eine Multiple Hülspitzen, ne? Ja, Moment, hab ich jetzt, hab ich jetzt. Siehste, zack. Ich denke, da kann ich alles von nehmen. Ja, anscheinend nicht, du. Boah. Beim Gewehr kann ich alle Teile nehmen und hierbei nur, nur, ja, das ist ja wohl. Na, was, was ist das? Das ist eigentlich nur ein Spiel, ne? Ne, das ist nicht nur ein Spiel hier. So. So, wie viel, wie viel noch? Sechs. Eins, sechsundzwanzig. Das reicht, das reicht, das reicht. Äh, das reicht. Moment, erst mal nochmal die Themen hier holen. Und dann da reinklatschen. Ja, an Zeit reicht das. Siehste, zwei. Ja, das gehen da. Eins. Noch ne Eins. Los. Zack. Und dann kommt die Mult hier raus, wenn da alle weg ist. Und die andere rein und dann geht das sofort weiter. Dreizehn. Dreizehn. Was, Ingots, habe ich jetzt? Wo, wo, wo sind die Ingots? Ich habe zwei Moles hier. Habe ich ja vorher noch nie gehabt. Wo sind die Ingots? Ach, da. Lücke habt. Ja, ich glaube, da hast du ganz viel Glück gehabt, du. Aber wieso habe ich jetzt zwei? Äh, irgendwie scheint das Spiel noch ein wenig verbunden zu sein. Boah. Ja, da brauchst du gar nicht Boah sagen. Das ist so. Ja, nun. Gut. Das ist denn daran gut. Ja, dass ich das jetzt weiß. So, und jetzt müssen wir ganz... Moment, dann machen wir auch anders. Habe ich Holz bei? Ne. Ne, ne. Was ist denn nicht? Ja, ja. Kann man auch netter sagen, du? Ja, man kann alles netter sagen. Auch du. Ja, aber ich brauche das nicht. Ich bin die Liese. So. Ne, Moment. Dann brauche ich doch. Wo ist er jetzt? Hier ist er. Weiter, weiter. Vier Minuten, da brauche ich noch einen von. Und noch einen von. Und jetzt erst mal hier. Moment. So, muss das. So muss das. Und dann noch einen rein. Dann habe ich 64 auf jeden Fall fertig. Ja, hast du 64 auf jeden Fall fertig. Guck mal, wie viele das gibt hier. So. Und dann machen wir sofort die Kugelspitzen dabei. Ja, das dauert aber, ne. Ja, ich weiß. Ich weiß. Willst du hier stehen bleiben? Ja, ich muss ja auch noch hier was anderes machen. Ich brauche noch ein paar Stückis. Ja, mach mal deine Stückis. Deine Stückchen. Ja, mache ich auch. Steine brauche ich auch. So. Moin, das geht ja gar nicht runter hier. Da auch nicht. Und jetzt? Jetzt, jetzt muss ich Bäume fällen, glaube ich. Bäume, Bäume. Und Kaffee ernten. Kaffee ernten ist auch gut. Und, und vielleicht sind sie auch schon die, die, äh. Ja, was die, äh. Ist der Mais soweit. Siehste. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und hier weiter. Zack, 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 zack. Äh, geht das schneller? Ja, aber da krieg ich nicht alle mit. Das war dir überhaupt beim Bauernhof auch egal. Ja, beim Bauernhof hatte ich ja auch Stress. Da waren ja Zombies nebenan. Und, äh, das waren ja nicht meine. Habe ich ja selber nicht gepflanzt. Das ist immer was ganz anderes. Wenn du was selber pflanzt, dann willst du auch selber richtig ernten. Und ich hab nichts davon von der Ernte, wenn ich da die Hälfte auf den Boden putschmeiß. Und beim Bauern war dir das egal, ne? Ja, habe ich ja nicht gepflanzt. Weil du bist mir vielleicht ein Frütchen, du. Aber ich will den Bauer ja auch nicht mehr arm machen, ne? Ich will ihn ja nicht beklauen. So wie du das jetzt vorgeschlagen hast. Ja, das ist jetzt schon wieder ein paar Spiele her. Aber gut, dass du dich dran erinnerst. Ja, ja, sicher erinnert sich dir Lisa an alles. Hier, ich bin ja auch nicht so alt wie du. Was hat das damit zu tun? Ja, im Alter lässt alles nach. Die Sexualität, die Denkkraft und, und, das Merkvermögen. Ja, du kennst ja vielleicht Worte. Die Sexualität, Denkkraft, Merkvermögen. Ja, habe ich recht oder habe ich nicht recht? Naja, also, äh, ich denke nicht, dass ich schlechter denken kann als früher. Vielleicht sogar habe ich mehr Erfahrung. Ja, Erfahrung, Erfahrung. Klar, Erfahrung. Du alten Kerl, du. Was heißt hier, du alten Kerl, du? Guck mal lieber, ob du den Kaffee eingesammelt hast. Ja, ich habe doch Platz genug. Und ich weiß gar nicht, ob der Bug jetzt schon immer noch da ist, dass man auch, äh, auf die, äh, 1 bis 8 da unten, dass man da nichts einsammeln kann. Deswegen bin ich ja hier hingegangen, als ich noch alles frei hatte. So, und jetzt kannst du wieder richtig, äh, arbeiten, so viel Kaffee wie du hast, oder wie? Nee, der wird alle neu angepflanzt. Und die Kartoffeln auch. Lass mal auf. So, der kommt sofort wieder aufs Feld. Wolltest du nicht da wenigstens so, äh, 8 mal Kaffee machen? Ja, wollen tue ich schon, aber das bringt ja nichts. Doch, ausdauer ist ein bisschen. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Acht Stück. Ich habe lieber richtig Kaffee voll. Und nicht da bloß so 8 Stück oder so. 250 Kaffee will ich ernten. Auf dem kleinen Feld wird das wohl nicht klappen. Ja, warte mal, warte mal. Kleines Feld. Hast du gesehen, wie viel Erde ich schon habe? Nee. Ja, hättest du mal geguckt. Dann müsstest du, dass ich auch große Felder machen kann. So, und jetzt erst mal die Kartoffelkässe holen. Ja, ich will da rauf. Ich will da jetzt sofort rauf. Lass mich da rauf, da. Ja, also, geht doch. Jetzt komm mal ein bisschen runter. Meckere hier nicht so rum, du. Hab ich jetzt die halbe Stunde Stress oder hab ich jetzt die halbe Stunde nicht Stress? Wenn ich länger spielen darf, dann mach ich auch weniger Stress. Darfst du nicht. Mach du gern deinen Stress, wenn dir das hilft beim Leben hier. Er hilft zwar nicht, aber immerhin. Sieh's her. Wozu du mich immer zwingst hier? Malochen ohne Ende und Angst haben und alles. Du hast dich freiwillig gemeldet. Ja, ja, ja. Jetzt kommen wir nicht auf die Tour. Was, hab ich doch recht? Moment, erst mal die 5 hier. Zack. Zack. Und davon mach ich ganz viel. Ja, was jetzt? Was machst du ganz viel? Oh, Mensch. Äh, wenn hier... Wenn... Hier schrauen. So, jetzt hab ich's hier. Hier schrauen. Ja, ja. Mach mal hier schrauen. Ja, mach ich auch. Das wird ganz lecker schmecken. Da krieg ich ganz viele Punkte für. Ja, da bin ich mal gespannt. Das Feld ist ja ganz schön klein, ne? Ja, aber groß genug für ihr bis jetzt. Siehste? Jetzt müsste mein Zeug da schon durchgelaufen sein. Ja. Äh, hoffentlich. Da ist ja hoffentlich. Dann bleibt doch wohl nichts anderes übrig. Ich hab hier wohl Zeit genug gehabt, fertig zu werden. Ja, ich denke schon. Hast du? So, da haben wir 66. Da kommt hier welche bei. Und so. Der kommt da raus. Und der kommt da rein. So. Siehste, so muss das. Mal gucken. 25, 12. Ne, Moment. 25, 25. Ich mach da mal erst mal 25 von. Ne, die Hälfte. 13. Wie flattig von den, äh, von denen hier nochmal. Weiß ich nicht. 12 oder 13. Mensch, pass doch mal besser auf, Zwergenschelte. Ja, wieso soll ich auf dich aufpassen? Ja, ich denke, du kannst alles ganz alleine spielen. Ja, kann ich auch. So. Wenn die jetzt durch sind, haben wir ganz viel. Nur die Sniper. Können wir uns ganz viel Sniper-Munition herstellen. Ja, bestimmt. Wenn die durch sind. So, Moment. Da haben wir doch noch. Da haben wir doch noch. Ja, was haben wir da noch? Haben wir doch noch die Mold für Glas gehabt. Ja, siehste. Wenn du hier noch weiter so aufheizt, die Gegend, ne? Ja, was ist denn dann? Dann kommen Spider zum nächsten. Ja, und? Lass du doch kommen. Ja, wie lass du doch kommen? Das sind dann Abschüsse für mich. So am hirrlichen Tag. Da sind die mir ja völlig unterlegen. Jetzt hast du nicht genug, äh, Brennmaterial. Habe ich auch gesehen, Zwergenschelte. Habe ich auch gesehen. Ja, und nun? Es war die Mold hier wieder rein. Und dann kann ich immer noch überlegen. Wo ist der Kaffee? Ach, den habe ich wieder ausgesehen. Gut gemacht, Elise. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. So, Mensch. Eins, zwei, drei mal 64. Wenn wir genug haben, dann mache ich ein richtiges Feld hier. Ja, du immer mit deinem richtigen Feld. Ja, mache ich auch. Die kommen auch wieder mit. So, und dann machen wir auch sofort die richtige Mold für Steinschmelzen. Pass mal auf. Ja, ich passe gut auf. Guck mal gut auf. So. Zack. Du brauchst trotzdem Holz oder irrt ein Brennmaterial. Ja, Zwergenschelte. Ich weiß, ich weiß. Mach mir keinen Stress hier. Das geht ganz einfach. Pass mal auf. So, dann tingeln wir hier in das Haus rein. Und dann nehmen wir hier die ganzen Couches mit. Wie, den Bauer wolltest du nicht beklauen, aber den Siedler hier stielst du alles, was nie nagelfest ist, oder? Ja, mache ich auch. Siehste, der Bauer, der hat so ein schönes Feld gesät. Und das ist gewachsen. Das gehört dem. Und das Haus hier ist verlassen. Und, 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 das können wir nehmen. So, da kommen noch 258. Vier Minuten nach, das passt. Und hier, 13, 13, Moment, vier von den Armlehnen. Der Prachter war jetzt nicht so viel. Eine Ecke. Moment, Moment, 13. So. Habe ich jetzt, habe ich jetzt, jetzt habe ich 14. Passt auf, siehste. Hier noch sechs. Dann nehmen wir schon mal raus, die Steinchen raus hier. Das war jetzt immer noch nicht hier, die alte Couchen, ne? Ach, Zwergenschel, das haben wir doch noch ein Haus mit Couchen. Ist das nicht Couches? Dann ist mir völlig egal, wie das jetzt heißt. Du weißt doch, hier, die ollen Sofas hier, die bunten. Die durchgesessenen schon. Wer will denn so'n Scheiß haben? Braucht doch keinen Mensch mehr. Ja, da ist auch noch lange kein Grund für dich, das Zeug zu klauen. Ich klau nicht. Ich lau mir das nur erst mal aus, ja? Ja, und dann? Ja, dann verbrenne ich das. Dann ist es weg. Haben sie Pech gehabt? Ja, sicher. War mir klar, haben sie Pech gehabt. Keine 30 Minuten sind, und du hast Pech gehabt. Moment, Moment, so schnell geht das nicht. Doch, das ist genau so schnell jetzt gegangen. Moment, hier jetzt noch mal zwölf Minuten. Dann müssen wir noch welche bei... Ne, das passt ja. Das passt ja. Boah, du bist immer hier am Treiben, du. Du bist hier immer... Hast du jetzt auf 30 Minuten gestellt gehabt, oder nur auf 25? Ja, ich hab's auf 30 Minuten gestellt gerade, glaub ich. Glaub ich, glaub ich. Was soll das denn wieder heißen? Ja, glaub ich, sagt genau das, was es heißen soll. Ist da noch was drin? Ja, immer noch, immer noch das Glas. 33 Stück ab jetzt schon. Und hier ist nicht mehr so viel. Hier können wir noch kurz warten. Das dauert noch eine Minute, und die muss, die Zeit muss einfach sein, Zwergenschelte. So viel Zeit muss sein. Boah, Elise. Ja, Zwergenschelte, boah. Ja, 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 die Zeit muss sein, dann sollst du die Zeit auch kriegen, klar. Ja, siehste, hab ich doch, hab ich doch richtig gesagt. Und ein 24, dann musst du jetzt, mach da, mach da. 5, 01, 39, 38 Sekunden noch. Und wann machst du dann? Entschuldigung. Ja, dann mach ich den Stein hier. Dann schmilzt sich die ganzen 30 Steine hier. Weil ich die haben will, geschmolzen. Guck mal, da wird immer mehr hier. Ja, ich weiß. Komm, hier hast du noch Platz genug. Platz hab ich satt. Platz hab ich satt, Zwergenschelte. Da ist gar kein, gar kein Problem neben Platz. Guck mal, wenn das richtig passt, dann hab ich hier 500, 624 und hier hab ich auch 624. Pass mal auf, wie die Riese das gemacht hat. So, jetzt ist alle. Siehste? Ganz klar. Alles geschafft hier. Jetzt stinkst du dir die ganze Gegend und Landschaft zu, da. Ja, das macht nix. Ist ja meine Gegend, meine Landschaft. Ja, sicher. So, und jetzt aber nach Haus erstmal ein bisschen basteln. Jetzt, wenn du zu Hause bist, lockst du erstmal aus. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Ich brauch erstmal die Sniper, Mum. Ne, das brauchen wir nicht. Wollen wir mal sehen, das lockst du jetzt aus. Das muss ich nach oben. Erst die Tür zumachen. So, und dann die Tür zumachen. Und dann, und dann da rauf. Und dann erstmal die Tür hier zumachen. Du hast aber viele Türen, Mum. Ja, hab ich alle selber gebaut. Ja, ich weiß, ich weiß. Und jetzt auch noch die Tür zumachen. So, und jetzt lockst du aus. Meinst du? Meinst du? Meinst du wirklich? Ja, ich mein wirklich. Ja, okay. Dann sag ich mal einfach Tschüssi. Ja, ich sag auch Tschau, Tschau und Bye-Bye. Das sagst du jetzt nicht nochmal zuletzt. Ich hab das letzte Wort. Merk dir das endlich. So, jetzt muss ich nämlich nochmal sagen. Tschüssi, liebe Leute. Tschüssi. Das ist mein Kanal als Fernseh, du nicht deiner. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Der hat gar nichts mehr zu sagen. Tschüssi. 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 Tschüssi.